Wir sind zurück aus der Werbung. Schön, dass Sie noch mit dabei sind. Liebe Zuschauer, haben Sie sich schon mal gefragt, warum im Supermarkt das Obst und Gemüse immer so schön perfekt aussieht? Eine Gurke gleicht der anderen und auch die Kartoffeln haben alle die gleiche Größe. Aber es muss doch auch krumme Kartoffeln und krumme Gurken geben. Aber was passiert mit denen? Genau darüber hat sich meine Kollegin Sarah Wissmann mit Peter Zenz vom Gertrudenhof unterhalten. Über ein Drittel der Lebensmittel landet im Müll. Das ist natürlich ein sehr erschreckender Fakt und vielen Menschen so wahrscheinlich überhaupt nicht klar. Einer, der sich schon sehr lange für Nachhaltigkeit und gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, das ist Peter Zenz. Hallo Peter. Wie kann das denn überhaupt sein, dass so viele Lebensmittel tatsächlich weggeschmissen werden? Ja, Lebensmittel wachsen eben nicht in der Fabrik, sondern in der Erde, auf den Bäumen und sind dementsprechend nicht eins wie das andere, sondern vielfach unterschiedlich bunt und krumm eben auch. Da gibt es eben auch Möhren, die haben ein bisschen krummere Formen oder eine Kartoffel, die eben gewachsen ist wie ein Herz. Eine krumme Gurke, einen dicken Würsing. All das, das bringt Vielfalt rein. Aber die Vielfalt schaffen eben die Scannerkassen der Supermärkte nicht. Und deshalb dürfen die Landwirte das gar nicht dort abliefern. Und dann landen all diese tollen Sachen, die eigentlich super spannend aussehen. Gerade die Kinder hier, wenn die die bei den Führungen finden, immer total spannend finden und gerne ernten, gerne probieren. Die landen dann im Müll und da finde ich, da muss ich was tun, dass das endlich wieder aufhört. Was kann denn jetzt jeder Einzelne von uns tun, damit diese Verschwendung tatsächlich aufhört? Ja, ich sage mal, jeder einzelne Einkauf ist letztendlich eine politische Entscheidung, weil man damit eben bestimmt, was für ein System man unterstützt. Ist es die industrielle Landwirtschaft, wo das Gemüse wie aus der Fabrik sein soll? Oder geht man in die Hofläden rein, auf die Höfe direkt da, wo es wächst, in die Familienbetriebe, wo eben auch die Möglichkeit ist, die ganze Ernte zu haben? Und so haben wir es hier auf dem Gertrunenhof auch gemacht. Wir haben die dicken Kartoffeln extra sortiert und die kleinen Kartoffeln extra sortiert. Das ist das, was die Märkte gar nicht haben müssen, weil die Kartoffel mittelgroß sein soll. Was passiert am Ende des Tages sind oft gerade die kleinen ausverkauft oder die dicken, weil jetzt gerade Grillzeit ist und die Folienkartoffel viel besser auf den Grill passen. Und all diese Möglichkeiten hat man, wenn man eben direkt mit dem Kunden spricht, direkt vermarktet. Und dann können die Kunden zum einen sehen, wie es wächst, sehen, dass es eben ein nachhaltiger Anbau ist und kein industrieller und haben ein Produkt, was eben auch mal anders aussieht. Die krummen Gurken sind auch noch günstiger als die geraden Gurken. Da gibt es dann drei Stück für einen Euro. So kann man sich regional, saisonal und preiswert ernähren. Und ich finde, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und wenn man da als Kunde da vielleicht mal einen Aspekt drauflegt und das sieht und das unterstützt, dann tut man eben dafür was, dass sich in die Richtung auch was bewegt. Denn in anderen Ländern, wie in Frankreich zum Beispiel, gibt es schon viel mehr Vielfalt, auch in den Märkten. Und wenn man immer mal wieder fragt, warum gibt es denn bei euch nicht die krummen Gurken oder was ist denn mit den kleinen Äpfeln, die für die Kindergartenkinder viel beliebter sind als die Riesenäpfel, dann werden vielleicht auch irgendwann hier die Supermärkte auch das anbieten und nicht mehr so viel landet im Müll. Ich habe es eben schon gesagt, du setzt dich schon sehr lange und auf sehr vielfältige Weise für Nachhaltigkeit ein. Das macht ihr zum Beispiel mit einer Box, mit einem kleinen Häuschen, was vor eurer Tür steht. Was ist das denn? Ja, unser Foodsharing-Verteiler, da geht es darum, all das, was wirklich nicht mehr zu verkaufen ist, auch noch eben auf den Teller zu bringen. Das sind dann eben die Radieschen, die im Laden welt geworden sind, wo die Radieschen selber aber noch gut sind, nur das Laub eben nicht mehr so schön ist. Das kommt dann dort hinein. Oder eben, wenn man jetzt in den Urlaub fährt und hat noch den Kühlschrank voll, kann man doch noch die Sachen hineingeben. Und ein anderer, der sagt, auch die Dose Ravioli, die könnte ich heute noch gut gebrauchen, nimmt sich die mit und kann daraus ein leckeres Abendessen zaubern. Und das Ganze gibt es ja auch online, wo man eben auch Essenskörbe unter foodsharing.de einstellen und austauschen kann. Wo man zum einen eins zu eins die Lebensmittel rettet, aber auch da ein bisschen Bewusstsein wieder schafft, dass man anders mit Lebensmitteln umgeht. Dass man nicht einfach, weil es jetzt günstig ist im Kühlschrank, die Sachen eben verrecken lässt, sondern dass man eben selber zugreift und was dafür tut, dass eben das Ganze auf dem Teller landet und nicht im Kühlschrank gammelt. Und jetzt am Wochenende startet wieder eine ganz neue Aktion, die erste Schnibbelparty im Umkreis von Köln. Was genau ist das denn? Ja, Brettchen raus und los geschnibbelt heißt das Motto unserer Party. Und wir möchten gemeinsam Zeichen setzen eben gegen diesen Wahnsinn der Lebensmittelverschwendung, möchten was dafür tun, dass sich was ändert. Und das Ganze nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern mit viel, viel Spaß. Und deshalb gibt es halt tolle Musik mit dem DJ der guten Laune, der auch ein ganz toller Mensch ist, der sich sehr stark einsetzt für das Thema und uns ordentlich musikalisch einheizen wird. Und wir haben die Tally Hoban aus Wiesbaden gewinnen können. Die ist so die Mutter aller Schnibbelpartys. Sie macht das dort schon seit vielen, vielen Jahren. Die bringt dann ihre Gulaschkanonen mit. Und gemeinsam kochen wir dann aus zusammengeschnippelten, krummen Gemüse eine leckere Gemüsesuppe. Dann kommt auch die Jugend von Slow Food dazu aus Köln, Slow Food Youth Köln, die einen eigenen Stand hat und macht so ein bisschen Antipasti aus Sachen, die eigentlich nicht mehr schön genug wären, weil sie eine krumme Form haben und aber wahnsinnig toll schmecken. Und machen den Grill an, setzen uns ans Feuer, machen die Herzkartoffeln, grillen die zusammen. Und so gibt es, glaube ich, viel Leckeres zu essen, aber eben auch viele Möglichkeiten zum Austausch. Und das ist eben auch eine tolle Sache bei so einer Party, dass man sich eben austauschen kann und gemeinsam über die Sachen sprechen kann. Es sind alte Hasen dabei, die sich schon auskennen mit den Themen, die sich schon viel Gedanken gemacht haben. Andere, die einfach mal reinschnuppern. Es gibt also jede Menge Informationen zu einer guten Sache. Es gibt was Leckeres zu essen. Wird denn auch tatsächlich getanzt, weil es heißt ja Party? Ja, das soll durchaus so sein. Also wir fangen um 16 Uhr an am kommenden Sonntag, weil es ja auch für die ganze Familie gedacht ist. Und ja, so gegen acht wird es dunkel. Und ich glaube, dann ist die Zeit vom DJ der guten Laune gekommen, wenn wir dann ordentlich uns gestärkt haben, dass wir dann eben auch noch richtig schöne Beats haben und ordentlich Party machen können. Also Sonntag, 16 Uhr, noch eine Frage. Was kostet das Ganze denn? Es kostet natürlich keinen Eintritt. Einfach Brettchen raus und losgeschnippelt heißt es. Also wer mag, bringt sein Messer und ein Brettchen mit und kann da mitschnippeln. Braucht er aber nicht. Ansonsten einfach gute Laune, Interesse an der Sache und um 16, um 18 Uhr einfach dazustoßen, mitfeiern und gemeinsam eben mit uns eben ein Zeichen setzen, damit eben auch bald die Herzkartoffel im Supermarkt landet und nicht mehr auf dem Feld zurückbleiben muss. Eine ganz tolle Aktion, Peter. Ich wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß dann am Sonntag. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute wieder so viel aufgeklärt und so viel informiert hast. Ja, da wird geschnibbelt, woanders wird gebraut.